Meine sehr verehrten Damen und Herren, Mittwoch, 17. Januar 2018. Ganz herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Nachrichtenformat hier bei der Weltwoche und Ausblick auf die neue Ausgabe. Es läuft ja schon sehr viel, ich werde drei Themen ansprechen und Ihnen das Wesentliche in hoffentlich ganz kurzer Form hier präsentieren können. World Economic Forum. Dann die neue Initiative zur Beseitigung der Personenfreizügigkeit SVP. Da habe ich Insight-Information und schliesslich Parolenfassung Nobilag. Das ist diese notorische Initiative zur Abschaffung unserer nationalen Medienanstalt SRG, wie die Gegner von Nobilag nicht müde werden, zu betonen. Jetzt aber zuerst zum WEF. Wie eine Neutronenbombe hat die Meldung eingeschlagen, dass auch der US-Präsident Donald Trump mit gewaltigem Gefolge, mit einer Art Luftlande-Einheit von etwa 1500 Personen ist die Rede in Davos, anrücken wird dies im Schatten der Shithole-Debatte. Das ist die vielleicht absurdeste globale Diskussion, die ich in meinem Journalistenleben erlebt habe. Und das eigentlich Skurrilste dabei ist, dass ja niemand weiss, ob Donald Trump den Begriff Shithole tatsächlich in jener vertraulichen Diskussion auch wirklich verwendet hat. Trotzdem regt sich die ganze Welt auf. Es ist in den USA, ich habe hinten hier ja CNN, jetzt ist da etwas ein anderes Programm mit diesen beiden Tänzern. Normalerweise diskutieren sie nur über Shithole. Und das hat ja jetzt auch die UNO ereilt, was uns Außenstehende ja doch immerhin die beruhigende Einsicht vermittelt, dass sie auch bei der UNO keine gravierenderen Probleme haben, als sich mit der mutmaßlichen Wortwahl des amerikanischen Präsidenten auseinanderzusetzen. Und noch ein Gedanke. Ich war ja, wie die meisten von Ihnen, vermutlich auch schon in den USA. Und wenn man dort mit den Leuten redet, Entschuldigung, ich habe ja 99% aller Amerikaner gebrauchen den Begriff Shithole, wenn sie über bestimmte Länder reden. Ich weiss nicht, ob sie den Begriff auch gebrauchen, wenn sie über die Schweiz reden, vielleicht nicht, keine Ahnung. Aber es ist doch der Wahnsinn, dass die Welt über so etwas und auch die ernstzunehmenden Medieninstitutionen, dass sie sich ernsthaft jetzt über Tage schon mit dieser Diskussion geradezu festbeissen. Ein Fall für die Marx-Brothers, für die älteren Semester unter Ihnen, die das noch kennen. Das ist sozusagen, hier kann man wirklich nur noch mit der Komödie der Wirklichkeit beikommen. Jetzt aber World Economic Forum. Grosses Kompliment an Klaus Schwab, den Gründer, Inspirator, führenden Kopf und Antreiber dieses Weltwirtschaftstreffen, das schon bald zum 50. Mal, was hätte ich gesagt, ausgestrahlt durchgeführt wird. Und es ist einfach unglaublich, was Klaus Schwab da in den Bergen hochgestemmt hat. Natürlich, das schmälert seine Leistung nicht. Das hat auch damit zu tun, dass die Schweiz ein neutrales Land ist. Das ist dem Weltwoche-Leser, der Weltwoche-Leser, nicht unbekannt, dass ich die Qualität der Neutralität sehr hoch schätze, weil es eben der Schweiz die Möglichkeit gibt, sozusagen einen herrschaftsfreien Raum, der nach allen Seiten offen ist, zu bilden, die Leute einzuladen oder auch als eben gesprächsermöglichende, wie soll ich sagen, gesprächsermöglichende Instanz aufzutreten. Während die Welt ja sonst, siehe Shit-Hol-Debatte, sich wirklich an jedem Unsinn in die grössten politischen Kämpfe hineinstürzen kann. Und da ist es eben wohltuend, dass es so etwas wie die Schweiz gibt. Und Klaus Schwab hat das erkannt und hat hier sozusagen ein Verfahren zur praktischen Anwendung der Neutralität zwischen Politik, zwischen Wirtschaft und zwischen Intellekt gefunden. Das sind seine Stakeholders, wie er sich ausdrückt. Ein grossartiges Modell und es funktioniert immer noch. Kommen immer alle mit ihren Abgesagen und sagen, jetzt ist es vorbei, jetzt sind nicht überschritten. Aber ich sage Ihnen, jetzt mit Trump stehen alle unter Starkstrom. Und der Gipfel dabei ist, meine Damen und Herren, der Gipfel dabei ist, dass jetzt Schwab es fertiggebracht hat, dass auch der grösste Davos-Kritiker, der Antiglobalisierer Trump, jetzt ins Hauptquartier der Globalisten nach Davos kommt. Ja, wenn das kein Triumph ist. Und ich bin also nicht so sicher, wer dann am Schluss hier wehen, mehr inspiriert. Trump wird versuchen, Klaus Schwab auf seine Seite zu ziehen, aber dass er dann da unseren Professor da nicht unterschätzt, das ist ein ganz subtiler Diplomat und auch ein hoch, sage ich jetzt einmal, hochbegabter Verhandler und Diskussionsführer. Nein, also das ist wirklich eine Leistung und ein grosses Kompliment an den WEF-Gründer. Da sehen wir natürlich auch darüber hinweg, dass die Kosten für die Öffentlichkeit, der ganze Aufwand, der da betrieben wird, schon etwas für schweizerische Begriffe gross, um nicht zu sagen, übertrieben ist. Und selbstverständlich, ich war auch schon ein paar Mal am WEF, es hat natürlich auch Züge einer prominenten Party, eines Eitelkeiten-Jahrmarkts. Aber trotz allem, das Wesentliche ist eben, dass sich dort oben die Mächtigen, die Reichen, die Klugen, die Schönen und so weiter in einem eben herrschaftsfreien Raum, in einem neutralen Raum begegnen können und in den wunderbaren, zauberhaften Zauberbergen von Davos vielleicht etwas direkter und ehrlicher miteinander sprechen. Personenfreizügigkeit. Da ist jetzt eine neue Initiative draussen der SVP. Die Medien haben darüber berichtet. Echo der Zeit, schon unsere Konkurrenzsendung des Gebührenkanals SRG. Und ich muss aber sagen, sie haben einigermassen fair das Ganze berichtet. Jetzt entsteht aber hier schon eine Polemik und ich gebe das Ganze hier offen zu. Ich kenne diesen Vorgang aus dem Innersten. Ich habe auch mitgeschrieben an dieser Volksinitiative. Das kann ich hier ganz offen hinlegen. Ich bin stolz darauf, dass man mich hier brauchen konnte. Denn ich bin tatsächlich ein dezidierter Verfechter der These, dass die Zuwanderung in ein Land, also wer da ins Land hineinkommen kann, eine eminente politische Aufgabe ist und in der Demokratie und insbesondere in einer direkten Demokratie wie der schweizerischen, dass hier die Bürgerinnen und Bürger das letzte Wort haben müssen, dass sie bestimmen können, wer kommt ins Land, wer kommt nicht ins Land. Und warum ist das so? Nicht nur aus Gründen natürlich der ganz generell, das ist unser Land, wir bestimmen das, das ist ja quasi ein Naturgesetz der Politik, aber eben auch etwas, ich sage jetzt anspruchsvoller argumentiert, in dem Sinn, dass man sagt, wir haben einen ausgebauten Sozialstaat mit ziemlich üppigen Leistungen, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, das haben wir aufgebaut, das ist eine Errungenschaft für die Solidargemeinschaft der Menschen, die in der Schweiz leben, hier eine Niederlassungsbewilligung haben oder eben Bürger dieses Landes sind. Und da kann man nicht einfach sagen, wir machen einfach auf, die Unternehmen, nur noch die Unternehmen bestimmen, wer ins Land kommt und wenn sie dann jemanden rauswerfen, darf der diese Sozialleistungen verwenden oder aber gar, wie das der Personenfreizügigkeit mit der EU vorsieht, dass einer aus der EU reinkommen kann und schon von Anfang an die Sozialleistungen gebrauchen kann. Das ist eigentlich so sonnenklar, dass das falsch ist. Es ist so sonnenklar, dass man die Zuwanderung selber bestimmen und selber regeln kann. Trotzdem ist es in der Schweiz so, dass mit Ausnahme einer Partei, das ist jetzt zufälligerweise die Partei, der ich auch angehöre, oder nicht zufälligerweise, nicht zuletzt deshalb, weil ich es eben wichtig finde, dass man diese Themen hier im Milizsystem auch vertritt, aber alle Parteien ausser einer schreien jetzt auf und sagen, das geht gar nicht, das ist fast schon ein Zivilisationsbruch, wenn wir in der Schweiz die Zuwanderung selber bestimmen. Und da sage ich einfach jetzt aus wirklich tiefer Überzeugung, nein, das ist völlig falsch. Wir haben in der Schweiz immer die Tradition gehabt, dass alle wichtigen Anspruchsgruppen und am Schluss eben auch die Bürgerinnen und Bürger hier am Tisch sitzen und eben am Schluss entscheidet der Stimmbürger in der direkten Demokratie. Und das ist bei einem sensiblen Thema mit der Zuwanderung ganz, ganz wichtig. Jetzt das Argument, das die anderen bringen, warum man hier auf die Selbstbestimmung verzichten sollte, warum man hier einfach die Grenzen mehr oder weniger offen lassen sollte, dass da immer mehr Leute aus der EU hineinkommen, auch dieses Jahr wieder über 30.000 netto. Das ist viel, viel mehr, als man damals bei der Abstimmung über diese Freizügigkeit gesagt hat. Vielleicht ganz kurz, dass Sie hier die Orientierung haben, die wichtigsten Argumente, die man dagegen bringt. Man sagt einfach, wenn die Schweiz hier diese Personenfreizügigkeit beseitigt, die SVP spricht von Beseitigen, also nicht von a priori Kündigen, also man versucht, die Personenfreizügigkeit anderweitig, vielleicht auf den Verhandlungswege zu beenden, wenn die EU dagegen ist, dann muss die Schweiz kündigen, das steht in der Initiative. Und wenn die Schweiz die Personenfreizügigkeit kündigt, das ist richtig, dann fallen automatisch die sechs bilateralen Verträge dieses ersten ominösen Pakets dahin. Ist das schlimm? Wie schlimm ist das? Oder ist das sogar erstrebenswert? Da sagen natürlich die Gegner der Begrenzungsinitiative der SVP, ganz schlimm, bilaterale, lebenswichtig, lebensnervende SVP ist da anderer Meinung. Ich habe hier ein interessantes Papier eines Wirtschaftsverbandes vor mir, der ganz klar noch einmal die Gefahren hervorstreicht. Und diese Wirtschaftsverbände sagen also, wir brauchen diese sechs Verträge der bilateralen Eins, bitte bleiben Sie dran, ist etwas technisch, aber hochinteressant und wichtig, was ich Ihnen hier erzähle. Wir brauchen diese bilateralen Eins, weil das ist für die Wirtschaft der Schweiz verwundbar, ganz wichtig, dass wir Marktzugang haben. Das ist richtig, wir brauchen Marktzugang. Okay, jetzt aber, was ist so entscheidend an diesem bilateralen Eins, aus der Sicht dieser Wirtschaftsverbände? Sie sagen, dank diesem bilateralen Eins haben wir den Abbau von technischen Handelshemmissen bei unseren Exportfirmen. Das heisst, einfach ausgedrückt, Produkteanerkennungen in der Schweiz und in der EU und umgekehrt sind erleichtert durch diesen bilateralen Eins. Das zweite, das öffentliche Beschäftungswesen, also wenn sich Schweizer Firmen an öffentlichen Aufträgen in der EU beteiligen können, ist das durch die bilateralen Eins erleichtert. Sei ganz wichtig. Drittens, die Forschungszusammenarbeit, dass die Universitäten miteinander geschäften können und sich austauschen können usw. Deshalb sei es ganz wichtig und natürlich die Personenfreizügigkeit. Sei ganz wichtig, da ist ja klar, die Firmen wollen billige Arbeitskräfte, möglichst viel ins Land holen. Die etwas teureren älteren Schweizer kann man ausrangieren und am Schluss zahlt ja dann irgendwie der Sozialstaat, also zahlt das die Öffentlichkeit. Also im Grunde genommen ein hoch egoistisches Verhalten der Unternehmer hier, das da geweiht. Also das sind die Argumente. Zu jedem Punkt ganz kurz ein kritisches Gegenargument von meiner Seite. Abbautechnischer Handelshemmisse. Ja, das ist gut, dass es das gibt. Aber, wenn man die Studien liest dazu, muss man feststellen, die Vorteile, die uns die bilateralen Verträge hier gewähren, sind sehr, sehr gering. Ein Institut, ich weiss nicht, ist das die ETH oder die Economy Suisse, hat einmal ausgerechnet, was diese Handelshemmiserleichterung, was das uns in volkswirtschaftlichen Kosten bringt. Sie kamen auf einen Betrag in der Höhe ungefähr der Bilagegebühren. Also das ist ein relativ geringfügiger Teil, ein paar gesamtvolkswirtschaftliche Kosten, ich meine, 200, 300, 400 Millionen Franken. Das klingt noch viel, aber das ist gemessen natürlich an unserem Bruttosozialprodukt. Ein ganz geringfügiger Teil. Also diese Handelshemmnisse sind nicht so gravierend. Vor allem hat ja die EU auch ein Interesse, dass wir ihre Produkte, ihre Industrieprodukte in der Schweiz, dass sie die verkaufen kann, weil die EU ja mehr in die Schweiz exportiert als umgekehrt. Dann Ausweitung öffentliches Beschaffungswesen. Auch hier, ja, schön, liebe Wirtschaftsverbände, aber schaut doch mal in der Praxis, wie es dann wirklich läuft. Glauben denn diese Wirtschaftsverbände im Ernst, dass die Italiener, die Franzosen, die Deutschen, die Polen, also die ja den Wirtschaftsnationalismus praktizieren, den sie immer kritisieren, wenn Trump davon spricht, dass hier eine Schweizer Firma einmal in die Grenze kommen könnte für öffentliche, politische Aufträge? Also das ist im ganz kleinen Bereich. Also auch hier, vielleicht gibt es bestimmte Vorteile, aber sie sind geringfügig. Forschungszusammenarbeit. Ja, um Himmels Willen, ich habe auch im Ausland studiert, ich bin auch für Forschungszusammenarbeit. Aber Entschuldigung, braucht es da die EU-Bilateralen Verträge? Die besten Universitäten der Welt sind in Ländern, die nicht in der EU sind oder die im Begriff sind, sich aus der EU herauszulösen. Oxford, Cambridge, die britischen Universitäten im Brexit, Grossbritannien, die sind bald nicht mehr in der EU. ETH Zürich, ETH Losan, super Universitäten, wir sind nicht in der EU. Harvard, Stanford, die besten amerikanischen Universitäten, Japan und so weiter. Ich meine, Entschuldigung, können diese Universitäten nur zusammenarbeiten, wenn ein EU-Funktionär oder irgendein EU-Anwalt nach einem Vertrag gemacht hat? Das ist doch weltfremd. Diese Universitäten können doch global zusammenarbeiten, ohne dieses bilaterale Paket. Vielleicht ist es in der EU etwas leichter, wenn sie dabei sind mit der Universität Sofia oder irgendwo in Kosovo, Albania mit einer Universität, wenn es das gibt, dort besser zusammenzuarbeiten. Aber auch hier ist das jetzt so matschentscheidend. Also Sie sehen, was mein Argument ist. Ich bestreite nicht, dass es hier bestimmte Vorteile gibt. Aber was die Wirtschaftsverbände ausblenden, ist interessant. Sie schreiben nicht, dass der grösste Vorteil, den hier diese Verträge gewähren, gar nicht auf der Seite der Schweiz liegt, sondern auf der Seite der Europäischen Union, nämlich das Landverkehrsabkommen, das sicherstellt, dass die deutschen Lastwagen, dass die britischen Lastwagen, die holländischen Lastwagen zu einem Schnäppchenpreis durch die Schweiz fahren können. Also kurzum, die politischen Vorteile, die uns diese bilateralen Eins angeblich bringen, wiegen nie die politischen Nachteile auf, die sie auch implizieren. Stichwort unbegrenzte Zuwanderung, Stichwort auch diese permanenten Erpressungen der Europäischen Union. Wir müssen uns immer unter Druck setzen lassen wegen diesen Verträgen. Also gut, dass das jetzt endlich klar darüber abgestimmt wird und Sie spüren es, wo natürlich meine Tendenz hingeht. Wir dürfen diese bilateralen Verträge, gegen die ich nicht sozusagen genetisch bin, wir dürfen die einfach nicht überhören. Ist auch gefährlich, wenn sich ein Land in eine derartige rhetorische Abhängigkeit eines anderen politischen Gebildes begibt und diese Verträge derart hochstilisiert, dass man am Schluss ja gar keine Handlungsoptionen mehr hat. Sind wir denn eigentlich schon Mitglied der Europäischen Union? Ist es fertig mit Selbstbestimmung? Darf man nicht mehr bestimmen, wer ins eigene Haus kommt? Ist das jetzt alles in Brüssel? Wird das dort? Oder in einigen Konzernzentralen? Wird es das dort entschieden? Also, Entschuldigung, so kann es nicht gehen. Und zum Glück stimmen wir darüber ab. Die Unterschriftensammlungen gehen jetzt bis spätestens in gut einem Jahr. Müssen sie abgeschlossen sein. Und dann wird man darüber diskutieren. Aber es wird sicher happig und heftig zugehen, weil die Wirtschaftsverbände malen hier mit einer gewaltigen Weltuntergangskampagne schon den drohenden Kollaps des Schweizer Wohlstands an die Wand. Das kennen wir ja. Das hat es immer wieder gegeben. Doch die Schweiz hat auch die düstersten Prognosen immer wieder erstaunlich frisch überstanden. Noch ein letzter Punkt. Da muss ich wirklich langsam aufhören. Ich hoffe, Sie können mir bis hier im Folgen dieser etwas pädagogisch ausführlichen Nobilag Parolenfassung der freisinnigen Partei kürzlich dieser Tage Sie sind dagegen. Sie finden, nein, es ist nicht in Ordnung, dass die Fernsehgebühren, dass die Menschen, dass das Verursacherprinzip eingeführt wird bei den Mediengebühren, also dass man auch nur für die Programme bezahlen muss, die man auch konsumiert. Und sie sagen, nein, das geht gar nicht. Wir brauchen ein staatliches Fernsehen, das mit Zwangsgebühren finanziert wird, auch von denen, die es nicht schauen. Und die Parteipräsidentin hat gesagt, Journalismus sei so etwas Wichtiges für die Demokratie, da brauche es einfach eine staatlich quasi geschützte SRG. Da muss ich mich jetzt also schon fragen, als ein Mensch, der durchaus Sympathien hat für ein sogenannt liberales Programm, was immer das heisst, wo sind wir angekommen? Wenn die Graalshüter der Freiheit in der Schweiz der Meinung sind, der Journalismus ist so wichtig, der unabhängige Journalismus, dass wir das faktisch zu einer Staatsaufgabe machen müssen. Dabei ist doch nach liberalem Verständnis Unabhängigkeit, der Begriff Unabhängigkeit für einen Liberalen ist ja sozusagen unabhängig vom Staat. Das heisst, also der Einzelne, der Private, der Mensch in seiner Eigenverantwortung, das ist der, der seinen Lebensunterhalt selber bestreiten kann, das ist doch der Träger der Unabhängigkeit und nicht der Staat, der sozusagen ein mediales Grundversorgungsangebot, also ich sage jetzt etwas Pravdamässig hier organisiert. Also die, ich glaube, sie merken es gar nicht, die Freisinnigen, aber hier könnte man, glaube ich, die Argumente, die sie verwendet haben, durchaus auch an einem Parteikongress, damals der KPDSU, gehört haben, wenn man zum Beispiel ein staatliches Organ wie die Pravda-Verteidigung verwendet hat, vermutlich haben die Alten so wie jetzt auch gesagt, der unabhängige Journalismus ist so wichtig, dass wir ihn für den Staat, dass ihn der Staat sicherstellen muss und da muss ich also sagen, ganz bizarr, in ganz bizarrer Gefilde bewegen sich da unsere lieben Freunde der FDP und es ist ja schön, immer wieder bei Menschen zu beobachten, dass man manchmal mit der grössten Überzeugungskraft auch den grössten Unsinn erzählen kann. Ich bin sicher, dass mir das auch schon passiert ist. Nun, ganz kurz, das sind die Themen der Woche, ganz kurz noch auf die neue Weltwoche zu kommen, dazu, die Themen sehen Sie eingeblendet auf dem Cover, wir fokussieren auf unsere Leute in Brüssel, das diplomatische Team, das in der EU die Interessen der Schweiz vertreten muss. Interessant ist, fast alle sind dort für den Schweizer EU-Beitritt, kann das gut gehen. Dann, Trump natürlich, bewegt auch uns, lasst Trump Trump sein. Urs Gäriger hat ganz enge Weggefährten gefragt, hinter den Kulissen, wie ist dieser Präsident, der in die Schweiz kommt, was treibt ihn wirklich um. Wir haben eine Hymne auf die französische Frau, nach dieser MeToo-Intervention der Grand Dames, Catherine Deneuve und so weiter, noch ist Frankreich für die Liebe nicht verloren. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal darauf hinweisen, vielleicht haben Sie es gemerkt, wir haben eine Reihe von ganz neuen, faszinierenden, gefässen Rubriken in der Weltwoche. Mysterien der Weltgeschichte. Jede Woche für mich ein totaler Lesegenuss, Rätsel aus der Weltgeschichte, letztes Mal hatten wir Rasputin, dieser russische Strippenzieher beim Zaren und so weiter, unter ganz merkwürdigen Umständen wurde er umgebracht. Jetzt sind wir bei einer Polarexpedition angelangt, ebenfalls ein ganz spannender Fall unseres Autos. Dann, vergessen Sie nicht, schicken Sie uns Ihre Fragen, Dr. M, der Experte für alle Lebenslagen, der Mann, der sich also wirklich in allem auskennt, von Bitcoin bis Erziehungsfragen und so weiter. Das ist eine unserer neuen Perlen im Blatt und wir haben schon sehr viele wirklich tolle Reaktionen darauf erhalten und ebenfalls auf dieser Seite, auf dieser Doppelseite, die sich im hinteren Teil des Blattes befindet, jede Woche eine ganz schöne Kurzrubrik über den Gewinner der Woche. Da behandeln wir immer Firmen, die, also in Aktien, an der Börse sehr gut etwas geleistet, sehr gute Fortschritte gemacht haben, nach vorne gekommen sind und was sind das für Firmen, was ist die Geheimnis und so weiter. Also Sie sehen, wir bleiben unserem Konzept treu der Realität und den Missständen, die es gibt, klar und zuversichtlich sozusagen die ins Auge zu fassen, aber wir sind eben auch auf der anderen Seite von einem, ich sage ich mal, existenziellen Optimismus beflügelt und einer Faszinationsfreude gegenüber unterschiedlichsten Phänomenen. Das ist eben die Weltwoche, nicht irgendein Gottesdienst, ein Politgottesdienst oder so etwas, sondern eben ein Blatt, das wirklich mit offenen Augen nach allen Seiten fasziniert, aber klarblickend nicht einfach irgendwie Opium konfisierend verbreitet, sondern eben immer versucht, die Faszinationskraft der Wirklichkeit rüberzubringen und auch die Welt in ihren Missständen nicht auszublenden, sondern die Missstände zu behandeln, damit wir darüber reden, damit wir es vielleicht lösen können, aber nicht schwelgerisch da und mit der Freude am Negativen, im Gegenteil, immer mit dem positiven, mit dem positiven Spirit im Hintergrund. Nun, also, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit, es ist wieder etwas länger geworden, ich hoffe, Sie konnten profitieren von meinen Ausführungen zu den Bilateralen, ist halt wichtig, haben Sie es hinter sich und wissen jetzt Bescheid. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute, bis zur nächsten Woche.